Ja, alter Schwede, und was ist das für ein Start von Kevin Möbel? Ja, aber der Stärker, der gibt alles, fährt außen, seine Linie greift an und greift sich jetzt erst mal. Und jetzt ist Wollenskrieg an zweiter Position, und jetzt fährt er da drin, und es fährt da hin, kein Möbel! Und der Niederschober, und die Niederschober, fährt an Driller Position, und drinnen sind da, was hinten dürfen hier, das wird ein Möbel! Und Kevin Möbel macht zu, und Möbel macht das ganz abgewichst, wie er das gemacht hat. Also Respekt, Respekt Kevin Möbel, das war wirklich ein sensationell, geiler Lauf! Also, Möbel, Furz, Möbel, das ist schon der absolute Hammer!